Du brauchst Drucksachen jeglicher Art? Du willst es und du kriegst es, so wie du es willst, im Copy & Print Shop in Rheine. Einen Markt der besonderen Art gab es am 10. April 2016 im ehrwürdigen Gemäuer des Kloster Schloss Bendlage in Rheine. Alles, was in einen Koffer passt, dem sogenannten Glückskoffer, durfte hier zum Kauf angeboten werden. Zu diesem vierten Glückskoffermarkt kamen die unterschiedlichsten Koffer mit den unterschiedlichsten Inhalten zusammen. Ob Seife, Puppen, Pralinen, Windlichter, Glückwunschkarten oder Gewürze, hier wurde der Fantasie nur die Größe des Koffers als Grenze gesetzt. Dann können Sie das, was ihr? Okay? Was das hier auch? Okay. Jetzt ist es sehr schön. Wenn man. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017